Hallo, herzlich willkommen bei der Hundeschule Jagdfieber. Ich bin Susanne und gleich siehst du einen Mitschnitt meines Facebook Lives. Und zwar jeden Dienstag gehe ich auf Facebook um 20 Uhr online und kläre die Fragen meiner Trainingsgruppe Jagdfieber. Und dieses Video ist jetzt über die Frage, was soll ich tun, wenn mein Hund vor mir das Dummy ausspuckt? Aber ein kurzer Tipp, was ich machen würde, ist, wenn dein Hund auf dich zu gerannt kommt mit dem Dummy, also er wird ja kurz vor dir gespuckt, dreh dich um, geh weg, aber geh nicht weg, dass du sagst, ich will es nicht haben, sondern halt, gib, mach die Hand so. Sieht man das so? So, hier, also dreh mit dem Rücken zum Hund, Hand hin und sag ihm, gib es mir so. Aber geh dabei, laufen, nicht stehen bleiben, nicht warten, weil dein Hund will ja abkürzen. Und wenn du aber die ganze Zeit leuchst, dann kann er ja nicht abkürzen und gib es dir meistens in die Hand. Das ist natürlich dann nur eine Hilfe und die musst du auch wieder abbauen, aber das ist auf jeden Fall ein guter Ansatz, würde ich mal machen.